Bester Start, ne? Okay, jetzt komm zur finalen Folge, Sinan und der zweiten. Okay, dann drücken wir auf Continue und spielen Sinan. Obwohl, da hätte ich ne Idee. Wir können ja mal auf den schwersten Modus spielen. Vielleicht können sie dann ja auch in die Wand rein, in den Wand, die Wand. Und ja, mal gucken. So, Menü. Start. Oh mein Gott, und jetzt hart. Und das wird schwer. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Kommt die Reaktion auf die Reaktion von der Reaktion. Kommt die Reaktion. Von der Reaktion. Auf mein Trailer von Creeperfreak01. Morgen oder noch heute vielleicht. Also ich nehm das hier nach dem Video gleich auf, damit ihr nichts verpassen könnt. Bei Creeperfreak01 hat auf meine Creeper... ... Okay, was hat sich jetzt geändert? Betten sie es jetzt auch schneller? Oh mein Gott, es backt grad mega. Oh! 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 Ich bin tot. Ich bin tot. Hat sie mich nicht? So. Was soll meine Helligkeit hier anmachen? Man sehe hier überhaupt nichts. Oh! Alles viel besser! Wo bin ich? Hä? Hä?! Achso. Ich höre Türen. Manchmal sehen, wie das aussieht, wenn sie uns in den Schach fängt. Naja, komm mal rein. Fang mich. Okay, nichts passiert, auf jeden Fall wissen wir jetzt, ob welcher du für sie in den Schach kann. Wahrscheinlich kann sie auch noch im, äh, ja, normalen Mut ist auch ein, warum backt die Steuern gerade? Hallo Frau Nonne, can you come out please in my room, can you come in your room? Oh nein, Nonne. Ja. Oh nein, nein! Das Ding war zu, nein, nein Leute, nein! Hm, shit. Aber ich finde das cool, wenn dann durch das, durch den Schach gehen kann. Wie konnte sie mich, du willst mich doch veräppeln. Und frag mich, warum das mache, ich mag gut irgendwie, wie sie hier in den Band rankommt. Aber ich finde das toll, ich finde das toll, ich finde das toll. Aber ich finde das toll, wenn ich jetzt nicht so, wenn ich hier finde, dass ich da bin. Rani! Ja, okay, komm hier, fang mich! Ja. Ich glaube, dann lasse ich auch erstmal mit Dinan gut sein. Okay, wenn euch Dinan gefallen hat, dann würde ich mich nochmal interessieren, was passiert, wenn sie uns hier in diesen Dingsens hier erwischt. Komm, ob ich da noch so mache. Oder macht sie da einfach mal aus. Als ob sie das nicht gesehen hat. Also entweder bist du blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Hier kann ich nochmal das Ending sehen. Das habe ich aber auch schon im ersten Video gezeigt. Das Entkommen-Ending werde ich wahrscheinlich nicht zeigen. Ne. Gut, dann würde ich sagen, dann würde ich auch gut sein mit Dinan niemals mit Dinan vielleicht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschau, 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 tschau. Tschau, tschau誰 nicht rahatsch! Tschau. Das ist mit Ok API. ELP Vielen Dank.